Willkommen zurück zu WarioWare GettyTogether. Heute machen wir 9 Volts Nintendo. Spaß, denke ich mal. Ich hoffe, es macht Spaß. Und ich würde sagen, schaut nochmal rein, denn ich bin mega gespannt, was für Spiele jetzt wir hier erkennen werden. Ich hoffe, ich kann alle erkennen, aber ich schätze leider nicht. Kinderspiel. Puh, aber ganz schön anstrengend, 18 Volts durch die Gegend zu schieben. Boah, das kann ich mir vorstellen. Hilfe! Was zur 9 Volt? Mein Skateboard! Macht, was es will! 9 Volt. Dieser Schüler liebt Nintendo-Spiele und glänzt sowohl als DJ als auch mit dem Jojo und dem Skateboard natürlich. Nice. 9 Volt rollt auf seinem Skateboard immerhin und her, drückt ihr Arm anzuhalten und sein Jojo nach oben zu schießen. Okay. Boah, der könnte anstrengend sein. Aber dann kannst du auch stehen. Wo ist es geht eigentlich? Okay. Okay. Okay, also Richtung Wenden scheint auch wichtig zu sein dann. Boah, ich bin so hyped jetzt und wie ein Ultra-Gate schieben muss. Ultra-Gut. Ultra-Gut. Mit den Moves gehöre ich endgültig zur Skate-Elite. Hä? Ist mein Level kaputt? Oder was? Das waren Spiel-Bugs. Den müssen wir es zeigen. Okay. Die machen wir fertig. Das wird voll lustig. Garantiert. Boah, da fehlt einer. Ah, das ist der Technologie-Typ da. Dann machen wir 18 Volt gleich mit dazu. Es passt ein bisschen. Und nehmen diesmal Cricket mit. Let's go. Und los. Bis zum nächsten Mal. 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 Nice. Das ist, ähm, Arjo-Ros-Yu. News-World-Ros-Yu. Äh. Hä? Okay. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Toad Structure Tracker. Das ist Metroid. Hä? Wie soll ich das jetzt machen? Wie soll ich das jetzt machen? Pikmin! Ich glaube, ich schaff's sogar. Äh, du bist spitze. Das Spiel kennt ich leider nicht. Ob ich den Fire Emblem? Ich schätze ich mal, aber. Das war ja Game & Watch. Ich weiß nicht, wie ich es war. Irgendwas wie Game & Watch. Der Boss! Oha, ich hab einfach gar noch drauf. Oha, ich hab einfach gar noch drauf. Schnell! Warum werden die jetzt nicht aufgelöst? Ach, dumm. Oh, nein. Ach, endlich. Warten, bis es richtig ist. Und geschafft. Eieiei. Schon mega langsam. Aber egal, ich hab's geschafft. Bin mir gut gefallen. Es gibt bestimmt noch das Fatouen Game aus der Demo. Und sonst weiß ich gar nicht. Das Metroid Game muss ich auch noch richtig verstehen. Haha. Die Bugs hatten ja mal sowas von keine Chance. Nun, ich wollte es jetzt aber mit dabei. Und tausend Münzen. Du hast ja nicht gut sind. Ich weiß nicht. So, ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Wir wollen ja den Rekord noch knacken. Ich glaub, ich nehm den sogar nicht mehr mit 9 Volt. Ich nehm dieses Mal wieder Mona mit. Vario und Dribbel und Spitz. So. Nice. Nice. Fatima schenkt Bienchen ein Geschenk. Nice. Sehr schön. Ja, das ist easy mit ihr. Wer hat gewonnen? Ja, da ist es. Das war für mich in die Game. Nice. Aber irgendwie ist die Musik anders als in der Demo. Oder? Irre ich mich da. Münze schnappen. Okay, nice. Badabababababada. Irgendwie geht's weiter. So, das Spiel muss ich auch noch irgendwann spielen. Also, Treasure Attacker auch. Ab. Hä? Ach so, ich hab's jetzt im Pfeil nachgedreht. Irgendwie. Okay, nice. Das Spiel kann ich auch, als ich wirklich wissen. Das kenn ich auch gar nicht. Angreifen. Hör mal, ob es explodiert ist, sondern mit Hackes, Türobar und Bombenfässer. Egal. Nice. Was ist das? Äh. Keine Ahnung. Hast du sehr toll gemacht. Und da kommt der Boss wieder. Hat er ein Gameboy, Dings? Okay, schade. Ich wollte eigentlich nur wobei den Großen besiegen. Egal. Schade. Hätte ich die Dings bekommen. Hätte ich bestimmt so 160 noch gehabt. Aber okay. Okay. Ist eigentlich egal, wem ich es bringe. Freuen sich beide. Das ist kacke. Und das auch. Mario Bear Touched ist natürlich das Beste. Oh, es kommt mit Eiszapfen jetzt. Nice. Muss man schon mal irgendwie mehrere Geister finden. Das würde mich interessieren. Was? Ich brauche eine 2, oder? Ich habe gar nicht ganz checkt, ob es jetzt unten oder oben war. Ich habe nicht stand oben zielt dran, aber egal. 20. Oh, wie schlecht. Mindestens 30. Okay. Das ist noch relativ easy. So. Als ob. Sorry, Huschka. Freilich, Freilich. Im Zielfeld landen. Nice. Ich weiß ich leider auch nicht. Geist finden. Geist finden. Oh, no. Besiegen. Oh, easy. Ist der Boss endlich mal das Recht? Die Leveler gibt es ja mehrere Leveler. Ja. Ich konnte es nicht sehen. Ja, unfassbar. Das wird ihm gar nicht so einfach. Mit 18 Volt war das ganz einfach. Ich glaube, 18 Volt. Oh, nice. Jetzt habe ich es geschafft. Nice. Jetzt habe ich es geschafft. Das Spiel kennt ihr da auch nicht. Oh, da hat irgendwas. Ja, let's go. Sehr schön. Das. Und jetzt kommt der Boss wieder. Ich würde gerne bis zum zweiten Boss kommen. So, jetzt aber. Okay. Boah, wir sind so ein Profi. Schnell. Oh, mein Gott. Alle Münzen. Und Spitze. Für eine Münze. Okay, schade. Ey, so schlecht war ich doch gar nicht, oder? Oh, das Spiel mit Wario. No. 134 ist glaube ich immer ganz gut, oder? So 140 in dem Bereich ist. Ich weiß gar nicht, wie man das bekommen kann, wenn man alle einsammelt. Achso. Boah. 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 Das habe ich gar nicht erwartet, jetzt, dass ich doch was einsammeln muss. Boah. Blau. Ich frage mich, was der eigentlich der Weltrekord ist, von den Punkten her. Ich habe für YouTube irgendwas von 160 gesehen. 163, glaube ich. Aber schon outdated. Da muss was Besseres schon wieder. Ist da sein. Ich glaube, mein Rekord bei der Demo war irgendwie 50 oder so. Bin mir aber nicht ganz sicher. Außer dann auch nur die gleichen Spiele die ganze Zeit. Okay. Boah. Ist schon ein bisschen schwer. Nice. Ja, vorher mit Dings habe ich es gar nicht gecheckt. Schande. War aber ganz easy, wenn man ein bisschen wartet. Nice. Anfang war es schon perfekt. Und ey, 26. Alter. Ganz großartig habe ich den Schock bekommen. Ich bin dabei. Jetzt wird es flotter. Nice. Was? Ich glaube, ich muss mal irgendwann später dagegen schlagen. Was? Ja, ich... Achso, Rechstreiffeder. Ja, sorry. Yoshi-Spiel. Nice. Es gibt wirklich verschiedene. Ich würde gerne alle Dings haben. Alle Yoshi-Coins. Boah, ich habe schon ein bisschen Bock für Vari-Wolt. Let's play. Gab es doch schon Fassis? Nice. Also das gefällt mir bisher am besten von den Boss-Develn her. Klar, der erste Boss bei der Aufheirmrunde. Und im letzten Part bei der Fantasy-Dings. Die waren auch ziemlich nice. Weil es ja wirklich Bosse waren. Aber ja. Boah, ich komme immer... Ich will ganz hin. Zu der anderen Sache. Aber ey, 30 mit 3 Leben. Mega zufrieden. Was ist das? Das ist Vari-Ware-Ink, oder? Ja. Jetzt habe ich mich ein bisschen informiert über die ganzen Vari-Ware-Titel für dieses... Für dieses Display. Es gibt übrigens noch Vari-Ware-Gold und so. Vari-Ware... Ähm... Smooth Moves, oder so. Für die Wii, irgendwie. Gibt echt viele Waren-Übertitel. Ach, du Schande. Nice. Ey, ich schaffe hier 40. Ganz kurz habe ich gedacht, ich schaffe es nicht mehr. Let's go. Oh, boah, bestell wird's jetzt. Nice. Das ist halt der Golf-Pall vom Geruengolf. Oh! Einfach oben lang, da ist alles gut. Och, nicht so was. Nice. Ey, ich konnte 50er-Rekord werden. Das war eh sie. Oh! Ich bin so ein Profi. Und so auch, ein bisschen Glück dabei. Aber nur ganz bisschen. Sehr, sehr wenig. Überleben. Überleben. Oh! Oh mein Gott. Welche ist höher? Ach, doch nicht Mathe. Ich hab Ferien. Drei sammeln. Ähm. Was? So, ich schrei hatte gut. Oh, noch ein Boss. Eieieiei. Eieiei, jetzt bin ich aber gespannt. Level schaffen. Ach du Schande. Das ist eigentlich echt die Level aus... ...Varioworld. Das würde mich sehr interessieren. Ah. Ich hab meine Hand nach oben... ...heben, auf dem Tisch, sondern... ...und hab ich unterm Tisch angeschlagen. Ey, wirklich. Ich wollte mir den... ...Es bleibt erst zwei auf den Tisch schauen. Und zwei Mal hab ich verkackt, weil ich mir irgendwie wehgetan hab. Oh! 130. Und... ...ich links erst begenommen hab noch. Boah. 8, 8, 8, 8. Sehr schön. Boah, komm. 50 wird's noch. Wichtig. Alter, wenn die Geschenk gehen... ...Iber Ryzen stop gehen würden. Ey. Oh mein Gott. Gelb. Trash-Titel. So. Mario Wankt ist das Beste. Aber ich will gleich auch noch zu spielen. Ach schade. Ich hab die Truhe nicht mehr getroffen, irgendwie. Aber. 50. Ich bin einfach bei 50. Oh. Ey, wie? Machen wir so 160 da oben dann? Ja. Sorry. Das konnt ich jetzt nicht machen, weil ich mich so schnell bewegt hab. Egal. 51. Ey, dafür müssen... ... wir mir jetzt einen Like verlassen. Und... ...51 Likes. Ja, 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 ja. 51 Likes. Schaffen wir auch zu 100%. Geil. Ich hab so viel Spaß damit. Und nächste Folge geht's dann hier weiter mit Technologie. Ich bin so gespannt, was wir da sehen werden. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschau. Tschau. ...